ja stapelfahrer duke teil 2 geil checkpoint gesichert sehr schön jetzt fahr ich glaube ich schon da es ist wahr weil es ist es war tatsächlich immer damals und so er hat man also man kann ja auch spiele künstlicher schwer um am besten oder am leichtesten ich am besten ist nicht die beste lösung am leichtesten ist sowas immer wenn ich ja klar wie mehr gegner was ist denn ach so wie mehr gegner ich in die welt haue desto desto ähm schwerer wird es wenn ich gegen einen kämpfen muss wenn ich einfacher also nicht gegen 10 kämpfen muss ist ja 10 mal so schwer in der zehorie naja immer das kommt auch nicht immer hinkommen auf die gegner du kannst auch mit wenn du wenn du vier gegner hast das zehnmal so schwer machen wenn du dir die gegner kombi hast oder die für eine eklige also es kommt auch da es ja doch an wie die gegner sind aber prinzipiell das mit der hochstabbelei ich habe das gefühl dass wir uns relativ nah am ende befinden meine sind aber auch schon ein paar folgen jetzt daran ist nicht irgendwo schlug da findet ja eigentlich nie so keine lange spiele kommt wie gerufen oder sind schon wieder ich mal echt warte schade ist es so wenig jetzt ist es lustiges feature natürlich wer will ein schweine schnitzel garantiert frisch wie sollt der mit der wie sollt der mit der rüstung weniger ausgleichen als der ohne lecker schweine viel der mit der bluterei aufweich Dann werden wir noch weiter. Oh, komm. Wer will ein Schweineschnitzel, hä? Garantiert frisch. Was? Ja, der Würfelschild kommt wieder. Oder muss ich mich verpissen hier? Oh, ja. Wenn es Blut ist, kann ich es töten. Oh, ja, dann. Wollen wir jetzt? Ja, wir haben aber noch mehr. Nein. Nee, jetzt geht aber weiter. Oh, noch mal tausend. Er hat sich ausgefragt für dich. Ja, 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 ja. Alter, wie viele Gegner. Das ist doch. Er ist doch viel, viel mehr Gegner geworden als vorher. Ja, natürlich. Ach, Gefenwerfer Jonny am Start, ey. Wääh? Aua. Wääh? Ja, natürlich. Jetzt schauen die mich. Nein. Nein, die sind nachgeladen. Soll ich nachgeladen. Ich hoffe noch nicht. Das ist eine Frage der Reflexe. Alter, ja, ja, ja. Da wird eine Frage der Reflexe. Ich dachte eben schon, jetzt kommt wieder. Ah, wir können den Scheiß auch mal machen. Viel Spaß dabei. Ah, ein Rollgun. Hey, lass mal die, weil ich bin über die Pistole weiter. Ich bin über die Pistole. Ich bin über die Pistole. Ich bin über die Pistole. Oh, ey, äh. Blaberlea. Oh, warte. 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 Ach du. Ähm. Ähm. Boah. Boah. Oh, du. Alter Schwede. Hä? Na doch jetzt. Ach du das nicht. zufried. Wo ist jemand? Ach duar? Pralline. Ey deeye on. Ich hab gedacht, man muss jetzt richtig Gabelstapler fahren. Puh, naja, okay. Ich hab jetzt wirklich gedacht, man kann jetzt so richtig Gabelstapler fahren. Das ist irgendwie so ein cooles Gabel. Also mit Gabelstaplern kannst du richtig viel machen eigentlich. Da kann man sowas rauszuholen aus dem Gameplay. Aber okay, kann man wohl nicht. Obwohl das kommt noch. Das ist ein Vorgeschmack. Ne, ich glaube, ich glaube, ich hab sie erledigt. Gabelstapler Duke ist sehr, äh... Das war mit Gabelstapler, glaube ich. Spaß, easy. Wieder ein Level geschlafft. Generatorraum. Ob da herne werfen Raketen und Robo und bin zu dir zurück. Will. Pfff. Oba... Er ist hingefallen, das wird auf Rösen, ne? Okay. Regeneratorraum. Okay. Wenn ich jetzt hier weiter durchschießen, ist das euer Wunsch? Dann ist mir euer Wunsch der Befehl. Hat es nicht weit genug ins Feind-Territorium geschafft, aber du wirst es schaffen. Amerika zählt auf dich. Amerika? Sonst noch was? Ist das alles? Okay. Sag mal. Sagt er hier nicht so blöd rum. Das sag ich nicht nein. Okay. 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 Hui... Wie ist das? Oho! Hi. Ich. Ich- Wie sieht das aus? Das ist doch kein Aquarium hier! Dann spring mal rauf auf den Kran, dann schwing ich dich rüber auf die andere Seite. Aber Vorsicht, ja? Da geht's verdammt tief runter. Halt dich gut fest, Jüngchen. Ich mach nicht langsam, nur damit du dich nicht einschleißt. Meint ihr, da haben wir keine Sorgen. Ah. Dein Bauch gehört mir, B. Oh, oh. Oh, das sieht wie es um deine inneren Wehrschwung geschoben ist. So eine Schauberei. Schluck's runter. Ne? Oh. Na ja, du. Ja, sowas hab ich schon mal gesehen. Damals in Vietnam. Aber auch kein hübscher Anblick. Vietnam. Also, ich bezweifel, dass in Vietnam eh jetzt waren. Bring nicht los, Baby. Oh, ich bezweifel, dass in Vietnam ist die Aussage. Zu spät für ne Lebensversicherung. Aber, okay. Vergleichen wir das an mit Vietnam, ne? Hab ich auch gedacht. So, hm, dann ist schon sehr im Vietnam. Hm? Ach ja, die großen Raumschiffe in Vietnam, ey. Das ist ja im nächsten Leben. Oh, nee, da rüttelt was am Kran. Komm her, du Saukerl. Ich reiß dir den Arsch auf, dass ein Trecker drin wenden kann. Ich verhabe dich zu Sushi. Oh, nee, ja, nee. Du hältst schon wieder. Du hältst schon. Oh, nee, und hier. Werde. Nee. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ja, ja, natürlich. Ich bin gleich tot. Läuft. Rüber. Hm. Oh, nee, muss ich alles nochmal machen? Glaub nicht, oder? Oh, bitte. Juk schafft beim Bankdürken mehr als 1600 Kilogramm. Das ist ja toll. Mensch, Juk. Ja, klar. Oh, nee, da rüttelt was am Kran. So, geht fest. Ich reiß dir den Arsch auf, dass ein Trecker drin wenden kann. Ich verhabe dich zu Sushi. Oh, Leute. Äh, diese scheiß Fischung, die der Bär ist da weg. Ja, macht ja gar keinen Schaden. Weiß. Weiß. Weiß ja, wie gemacht. So eine Sauerei. Ich weiß nicht, wie es um deine inneren Wärme geht. Ach, die. Jetzt legen. Mal sehen, wie es um deine inneren Wärme geht. Wir haben das Ding zurück. Was denn? Hier war ich, ne? Ja. Ja. Oja. helps. ja bitte und die dann und und die 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 Ja, was darf ich denn jetzt? Nein, immer die behalten. Komm, komm. Du, da fiel. Oh. Du, auch da fiel ich so. Komm her. Easy. Oh. Was hast du jetzt? Ja, endlich. Was? Hallo. Komm, bitte, bitte, bitte. Oh, scheiße. Klar. Sag mal. Du scheiß Viech. Es kann nur einen King geben, du Wichser. Mhm. Okay, das hätten wir geschafft. Aber mein lieber Schwan, einen ganz schönen Sauerstall hast du angerichtet. Ich hätte es selber machen sollen. Wohl dabei, ich bin gefallen. Na gut. Danke auf jeden Fall. Alter. Was war das Oktar-Grün hier? Gut, er ist jetzt endlich weg. Bei den Oktars bin ich so. Oh, ich hoffe nicht. Verdammt sehe ich gut aus. Sieh dir meinen Arsch an. Und zwar jetzt. Und zwar jetzt. Oh, ich bin jetzt. Oh, ich bin jetzt. Oh. Oh, scha- Was? Oh, come on. Untergrund. Oh Gott. Okay, Generatorraum habe ich geschafft. Hinsgeist in den Untergrund. Hallo? Oh. Ist hier so ein Nest oder weh? Warum? Einen König habe ich aber schon. Na gut. Meinen Alien-König habe ich schon. Also du fern. Oh, guck mal gucken, was jetzt noch kommt. Oh, guck mal gucken. Oh, guck mal gucken. Aber bei denen du den an ja. was soll ich jetzt hier machen hier weiter muss ich mich hier drücken ja gut intelligent sind die aliens nicht von dir gibt es leider sehr viel nee das war falsch gut 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 Was? 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 Huh? 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 What the fog is on today? Huh? 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 I don't know why I'm here I don't know why I'm here I don't know why I'm here What do I see? That's not bad Hmm? Huh? Huh? Oh. Oh, I don't... Das war's für heute. Okay. Einfach einfach gehen. Achso. Okay. Ja. Hehehe. Ah, okay. Einfach Gegenteil da reinschmeißen. Ah, ja. Okay, das geht auch. Und jetzt geht es hier weiter, oder wie? Jetzt, oder wie? Ja, warum muss ich jetzt hier oben? Warum oben? Aha. Geht's doch hier? Hä, warum geht's da oben? Es ist doch sowieso nur zum Irre führen. Oh, wow, danke. Irgendwas spürt. Wow. Okay. Äh. Ah, die Dinger sind ja eben. Eglisch. Da wohnt ich so schlimm wie die Ratten da, oder? Eglisch. Hi. Eglisch. Ich geh wieder weg. Ratten. Ich finde doch witzig, wie der einfach von sich aus z-hut, ne? Wenn man näher rangeht. Also sehe ich keine Taste, die ich drücke, sondern tritt den von sich aus. Das ist doch lustig. Er mag auch keine Ratten, der Duke. Und das kann ich verstehen. Ich fühle mit ihm. Entschuldigung. Das ist doch lustig. Ich schaff.